Gleis 3, Einfahrt S1 nach Leuchtenbergring über München Hauptbahnhof im Abschnitt B und C, Abfahrt ursprünglich 13.54 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt S2 nach Erding über München Hauptbahnhof im Abschnitt B und C, Abfahrt 14.08 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt S8 nach München Flughafen Terminal über München Hauptbahnhof im Abschnitt B und C, Abfahrt 14.12 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt S4 nach Todering über München Hauptbahnhof im Abschnitt B und C, Abfahrt 14.16 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt S3 nach Deisenhofen über München Hauptbahnhof im Abschnitt B und C, Abfahrt 14.20 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 4, Einfahrt S7 nach Höhenkirchen Sigertsbrunn über München Hauptbahnhof im Abschnitt B und C, Abfahrt 14.20 Uhr. Gleis 3, Einfahrt S6 nach Grafing Bahnhof über München Hauptbahnhof im Abschnitt B und C, Abfahrt 14.24 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu S2 nach Marktschwaben über München Hauptbahnhof, Abfahrt 14.28 Uhr. Fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Gleis 3, Einfahrt S6 nach Grafing Bahnhof über München Hauptbahnhof im Abschnitt B und C, Abfahrt 14.20 Uhr. Gleis 3, Einfahrt B und C, Abfahrt 14.26 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse S1 nach Leuchtenbergring über München Hauptbahnhof, Abfahrt 14.34 Uhr. von Gleis 3, von Gleis 3, direkt gegenüber. Gleis 3, Einfahrt S8 nach München Flughafen Terminal über München Hauptbahnhof im Abschnitt B und C, Abfahrt 14.32 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt S4 nach Trudering über München Hauptbahnhof im Abschnitt B und C, Abfahrt 14.36 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt S1 nach Leuchtenbergring über München Hauptbahnhof im Abschnitt B und C, Abfahrt ursprünglich 14.34 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Binds 3, Einfahrt S3